Fünfstellige Monatsumsätze für Martin Geiger. Martin ist heute hier bei uns. Schön, dass du da bist und wir sind natürlich gespannt auf deine Geschichte, deine Erfolgsgeschichte mit unserem Training. Stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du und was machst du? Genau, Martin Geiger. Ich bin Geschäftsführer und Gründer von Coach2Call. Mit Coach2Call haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, Coaches bei den ersten Schritten in ihr Business zu helfen. Also sagen wir mal, bevor sie dann irgendwann bei euch landen, machen sie oft im Nebenberuf die ersten Steps und wir helfen ihnen bei den Fragen, wie coache ich überhaupt? Also wie starte ich mein Business als Coach und wen coache ich dann? Also das wären die klassischen Marketingfragen. Genau, du setzt quasi da an, bevor wir ins Spiel kommen. Wir arbeiten ja mit Coaches, Berater, Trainer, Dienstleistern, die schon bestehendes Geschäft haben und das weiter ausbauen möchten. Und du bist quasi dafür da, um jemanden überhaupt mal in diese Situation zu bringen. Genau, dass sie zu euch kommen können. Ich bin quasi Zuträger für Bauligs. Ja, richtig. Perfekt. Erzähl mal, wie bist du denn dazu gekommen? Naja, wie du siehst, ja, unschwer, wir haben uns ja vorhin im Vorgespräch mal geklärt, bin ich ja ungefähr doppelt so alt wie du. Das heißt tatsächlich, das ist eine sehr ausführliche Geschichte, ich habe selber halt viele Jahre eine Finanzdienstleistung zugebracht, also tatsächlich dann auch sehr verkaufslastig, vertriebslastig gearbeitet. Das waren so die von 20 bis 30 schon immer in der Selbstständigkeit. Und in der Phase mit allen Ups und Downs, die man so mitmacht, da kamen so die ersten grauen Schläfen schon, habe ich mir da erworben tatsächlich. Aber halt auch gelernt, okay, wie führe ich Mitarbeiter, wie kann ich verkaufen, all die Sachen, die mir heute noch helfen. Und dann habe ich aber gemerkt, das hat mich nie erfüllt, weißt du, ich habe Zeit gegen Geld getauscht, klassisch noch. Als Finanzdienstleister. Als Finanzdienstleister, genau. Aber zu einer, ich meine, der Umrechnungskurs war gut, ja, bei diesem Tausch, aber letzten Endes war es trotzdem so, dass es nichts war, wo ich dafür gebrannt habe oder mein Herz dafür geschlagen hat. Ich habe da, wir waren da sehr erfolgreich, ich habe unter den Kleinen vertrieben, war ich in den Top Ten in Deutschland, irgendwie in einem Ranking mal, waren am Provisionsvolumen. Aber ich habe dann auch eine Pleite hingelegt, habe mich da selber so ein bisschen sabotiert, weil es einfach, das war nie mein Herzensthema. Aber was ich gelernt habe, war halt, mich selbstständig zu führen, was so zwischen 20 und 30 ja auch ein spannendes Thema erstmal ist. Wie selbstständig zu was? Mich selbstständig zu führen, also mich selber zu organisieren, irgendwie meine Zeitführung, wenn dir keiner sagt, hey, du hast um 8 Uhr auf der Matte zu stehen, das sind ja alles so Themen, die musst du erstmal für dich managen. Also hast du praktisch Disziplin entwickelt? Auch Disziplin, ja, eigentlich habe ich durch die eigene undiszipliniert, habe ich viel mehr gelernt, ja, also ich war echt gut da drin, überall zu spät zu kommen, alles aufzuschieben, weißt du, ich habe da, irgendwann habe ich mir mal, ist mir mal in den Sinn gekommen, vielleicht lag schon, war es mir schon die Wiege gelegt, Ich bin am 5.12. geboren, das ist ja quasi schon von Anfang an 5 vor 12, war es bei mir mein Leben lang, das ist wirklich wahr, also da habe ich gedacht, da muss es herkommen, ja, aber irgendwie habe ich es trotzdem hingekriegt, ja, einigermaßen dann auf die Reihe zu kriegen. Und dann kam so ein Wendepunkt in meinem Leben, es ist ja oft so, dass du an einem Punkt stehst, wo du sagst, okay, jetzt passiert irgendwas mit dir. Bei mir war es so, dass mein Sohn zur Welt kam und ich habe gesagt, ich sage, der Branche lebe wohl, weil ich habe mich nie damit identifiziert. Und dann habe ich gedacht, aber was könnte ich jetzt machen? Und dann kam ich direkt schon. Wann war das? Wie alt warst du da? 2001, naja, sagen wir mal grob, das waren die ersten zehn Jahre von 20 bis 30, habe ich eine Finanzdienstleistung zugebracht als selbstständiger Unternehmer. Und dann so in den nächsten zehn Jahren, sagen wir mal grob, war es dann so, mein Sohn kam zur Welt, das war 2001 exakt, sonst bin ich nicht so gut mit Jahreszahlen, aber das weiß ich. Und dann war es eben so, in den zehn Jahren habe ich dann gesagt, hey, gib doch das weiter, was du kannst, also wie du deine Zeit führen kannst, wie du dich selber organisieren kannst, wie du auch produktiv, effektiv bist, wie du die Hebelwirkung, du musst dir ja bedenken, das war jetzt nicht Hebelwirkung, wie es heute vermittelt, sondern das war in der Zeit, ich glaube 2001, also Facebook gab es definitiv nicht. Ich meine auch Google kam, Google kam auch später, aber da bin ich nicht 100% sicher. Ja, auf jeden Fall. Ja, Google gab es schon. Ja, okay, du weißt es besser. Also für mich war es so, ich habe dann halt angefangen, was ich auch in der Vertriebszeit schon hatte, dass ich halt Mitarbeiter ausgebildet habe, das dann offen zu machen. Ich habe Seminare gemacht, ich habe Vorträge gehalten, ich habe die Grundlagen für ein paar Bücher so gelegt, alles im Hinblick auf produktiver werden, effizienter arbeiten. Also was war die Coach für Produktivität? Ganz genau. Und dann habe ich zehn Jahre, bin ich da quer durch die Republik, da habe ich auf der Berlinale Vorträge gehalten, da war ich in, was weiß ich, bis in Warschau, auf Mallorca, klar Österreich, Schweiz, so quer durch die Lande getingelt mit Vorträgen für alle möglichen Kunden. Hat mir viel Spaß gemacht, hat mir viel Anerkennung gebracht. Also so richtig dieses klassische Coach sein, wie man das so kennt. Würde ich nicht sagen. Ich hätte gesagt, ich hätte gesagt eher, also heute würdest du sagen Speaker, jeder, beide bietet den Speaker aus. Also das war wirklich auf Bühnen viel Publikum. Also weniger 1 zu 1 Coachings? Gar keins, fast gar keins. Und eigentlich nur auf Bühnen-Speakings. Genau. Wie viele Speaking-Gigs hattest du dann? Ja, ich war damals schon, Stichwort 5 vor 12. Ich habe aufs Jahr gesehen, ich habe immer gesagt, wenn ich ein gutes Jahr habe, habe ich 50. Und wenn ich ein schlechtes Jahr habe, habe ich 100. Also ich, wirklich, also so war ich unterwegs. Ich habe immer gesagt, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Immer nur das Nötigste machen und über die Runden kommen. So, das habe ich zehn Jahre dann gelebt, zwischen 30 und 40. Und dann kam genau, was du sagst, ja. Dann kommen natürlich Leute, die sagen, ey, es war so inspirierend, es war so toll, es war so lustig. Wie setze ich das jetzt um? Und dann habe ich gesagt, ich komme ja ums Coaching gar nicht drum rum. Das musst du wissen, 2001 bis 2010, ich glaube schon im ersten Jahr, war ich irgendwie auf einem Seminar mit dem, naja, heute sind es so die alte Garde schon, mit dem Hermann Scherer, mit dem Jörg Löhr, mit dem Bodo Schäfer. Und da haben schon Leute gesagt, Mensch, Effizienz würde sich doch anbieten, irgendwie noch Coaching drauf zu satteln, 2001. Wenn du die inflationäre Verwendung des Begriffs von heute nimmst, war das ja noch gar nicht, das war noch nichts. Ja, klar, das ist natürlich was ganz anderes damals. Aber ich habe gedacht, irgendwie, wie helfe ich jetzt den Leuten? Und dann war mein Coaching, mein erster Ansatz noch, naja, ich muss dann halt quer durch Deutschland fliegen, um jetzt, was weiß ich, von Baden-Baden nach Berlin zu kommen. Und dann war ja schon, dann hat mich irgendwie eine Klientin abgeholt am Flughafen in Tegel, wir sind in ihre Hood gefahren, irgendwie Prenzlauer Berg, da hat er schon, und haben dann einen Parkplatz vor ihrem Lieblingscafé gesucht. Die Fahrt hat länger gedauert als der ganze Flug, aber weißt du, für dann drei Stunden Coaching waren zwei Tage futsch. Und da habe ich dann gesagt. Das hast du wirklich dann vor Ort Coaching gemacht? Das war dann eins zu eins, wirklich Face-to-Face, also Zoom gab es noch lange nicht, noch lange nicht. Da bin ich mir ganz sicher. Und naja, das war dann wirklich so, dass ich aber gemerkt habe, hey, das ist nicht effizient. Und da kam dann, dann habe ich schon darüber nachgedacht, wie geht es noch, und was war das Medium der Wahl damals, das war halt Telefon. Und dann kam ein zweiter Wendepunkt, also nach der Geburt meines Sohnes, und das war dann so die Zeit, sagen wir mal zwischen 40 und 50, der war echt, ja, der war nicht so positiv besetzt, wie vielleicht irgendwie Nachwuchs, sondern da kam dann bei mir, habe ich eine Diagnose von einer chronischen Erkrankung gekriegt, die auch nicht heilbar ist, und ich habe gedacht, shit, wenn ich mal nicht mehr auf den Bühnen rumturnen könnte, das war so ein Damoklesschwer, das war nicht klar, würde das der Fall sein oder nicht, wie kann ich dann trotzdem noch, ich war ja immer selbstständig, immer, wie kann ich dann trotzdem noch agieren? Und dann war mir klar, das geht nur über das Telefon. Und dann habe ich fünf Jahre darauf verwandt, wirklich die Inhalte, die ich in Vorträgen und so vermittelt habe, in Leitfäden zu packen, also wirklich Skripte zu schreiben fürs Telefon. Und habe dann angefangen, ersten Kunden das zu vermitteln, wie Coach, also die ich per Telefon gecoacht habe. Und es hat so, so gut funktioniert, dass ich gedacht habe, hey, da hätte ich doch eine Hebelwirkung, das könnte ich anderen noch genauso vermitteln. Also ich muss ja nicht mehr alleine machen. Und das war im Grunde die Geburtsstunde jetzt für die letzten Jahre, für die letzten zehn, wenn du so willst, die Dekade, in der ich dann angefangen habe, andere Coaches auszubilden, das zu tun, was ich tue. Also wie kannst du am Telefon coachen? Und gerade, wenn die null Ahnung hatten und auch immer noch lange vor Corona oder irgendwelchen, heute ist jeder mit Skype und Hangout und Zoom und FaceTime vertraut. Aber das Medium Telefon, diese Anonymität auch am Telefon, die war so großartig, dass ich da ein paar hundert Coaches ausgebildet habe schon nebenbei. Und um jetzt dahin zu kommen, wo ich heute stehe, jetzt habe ich eigentlich ein Instrument, was total skalieren könnte, aber jetzt brauche ich jemanden, der mir dabei hilft. Drum sitze ich hier. So bist du dann zu uns gekommen. Genau. Wann hast du uns entdeckt? Hm, ich würde sagen 20, ja entdeckt, auf dem Schirm wart ihr ja die ganze Zeit, ja. Aber ich habe dann gedacht, Martin, ey. Ja, was heißt die ganze Zeit, wir sind ja seit 2016. Naja, aber die ganze Zeit, also in den letzten Jahren definitiv. Ich glaube, entdeckt habe ich euch bestimmt 18 oder 19, da haben wir die ganzen Videos abgedreht für meine Coach-to-Call-Academy. Und da habe ich gedacht, ja, das ist eine ganz, also die sprechen eine ganz andere Zielgruppe an. Also da habe ich euch erst mal, dachte ich, ihr seid so gar nicht meine Wellenlinge, ja. Ja. Und das war, so kam ich tatsächlich zu euch. Wahrscheinlich werden es viele antworten, kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja. Und. Habe ich schon mal gehört. Das hast du schon gehört. Ja. Der erste Eindruck. Ja, das war tatsächlich so. Hat mir auch geholfen, tatsächlich auch bei meiner Zielgruppe dann wirklich das in die jetzt Zeit zu bringen, weißt du, weil vorher habe ich Präsenz-Seminare gemacht. Ich habe Coaching-Ausbildung gemacht, ich glaube, beim ersten Seminar in Speyer. Da waren vier Leute da, ich mitgezählt, also drei Teilnehmer. So, das war wirklich, aber es war geil, die sind rausgegangen, haben mein Baby in die Hand bekommen, alles, was ich über Jahre entwickelt habe und konnten damit genauso agieren wie ich. Das war schon ein geiles Gefühl. Und ja, dann habe ich viel ausprobiert, um euch rumzukommen. Also ich muss ja auch ohne Bauligs gehen irgendwie. Warum wolltest du um uns herumkommen? Naja, weil ich irgendwie, weil ihr so, das war so polarisierend und ich habe gedacht, nee, ich bin so, ihr seid so krass auf Wachstum und auf Erfolg und auf Messbarkeit getrimmt. Und ich dachte, nee, das passt nicht zu, ich will ja Herzens-Business und ich will ja mehr Berufung und Erfüllung und so, diese weichen Themen. Und dann dachte ich, das passt nicht zusammen. Heute merke ich, das ist untrennbar, das ist lebensnotwendig, ehrlich gesagt. Aber bis ich es erkannt habe, das war dann 20. Wieso ist das untrennbar? Naja, weißt du, weil du, ein guter Freund von mir, der hat mal gesagt, in so einem Auditorium, wer von euch ist Speaker, gehen ein paar Hände hoch, wer ist Trainer, Hände hoch, wer ist Coach, gehen wieder ein paar Hände hoch, ihr könnt euch alle setzen, 6. Ihr seid alle Unternehmer, die auch coachen. Ihr seid Unternehmer, die Vorträge, ihr seid Unternehmer, die irgendeine Dienstleistung erbringen. Und dieses Unternehmertum, das habe ich immer viel zu klein geschrieben, ich ganz persönlich. Und dann sehe ich jetzt... Also du hast dich selbst quasi nie als Unternehmer gesehen, sondern mehr als... Nee, also ich mache was, ich verwirkliche mich. Ja, egal was ich mache, es ist ja wurscht, ob ich Speaker bin oder Coach, aber ich habe immer gesagt, naja, es geht um die Sache an sich, nur ich habe dann genau so viel gemacht, dass ich irgendwie über die Runden kam, aber ich habe nie irgendwie Bäume ausgerissen damit. Und heute merke ich das bei meinen Coaches, die jetzt zu mir kommen, oder auch Heilpraktiker sind manchmal da auch ganz krasse Zielgruppe, Coaches sind ähnlich, die erlauben sich kein Geld zu verdienen. Und ich habe lange gebraucht und mit euch habe ich da wirklich einen Quantensprung gemacht. Deswegen, es ist untrennbar miteinander verbunden, weil ich ja... Ich kann auch Pro Bono-Vorträge machen, aber nur, wenn ich vorher Geld verdient habe. Und wenn ich kein Geld verdiene... Genau, richtig. Das ist ja das Problem, was viele immer haben, die sagen, hey, wir haben dieses Helfer-Syndrom, wollen anderen Menschen helfen und verkaufen sich dann vollkommen unter Wert. Und wir sagen halt, klar, du kannst ja auch gerne anderen helfen, aber hilf erstmal dir selbst, dass du mal finanziell auf den Beinen stehst und dann auch die Möglichkeit hast, anderen zu helfen. Ob das dann, wie du sagst, Pro Bono-Fälle sind, wo du quasi umsonst die Dienstleistungen bringst, mit Menschen, die da die Hilfe brauchen. Oder wenn du sagst, ich spende jetzt einfach Geld irgendwo hin an eine Organisation und die kümmert sich dann darum. Ja, da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. Aber man sollte erstmal finanziell sich selbst da auf ein adäquates Level heben als Selbstständiger, damit das auch Spaß macht. Ja, absolut. Sonst macht die Selbstständigkeit ja auch keinen Spaß. Du wirst ja wahrscheinlich auch mal Phasen gehabt haben, wo es dann nicht so rund lief. Lange Phasen. Also wenn ich, sagen wir mal, richtig kapiert, dass eben so ein Motto, ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss, verhindert, dass du eigentlich dann das, was in dir steckt, überhaupt zum Vorschein bringst. Heute denke ich mir, hätte ich das mal früher erkannt, weil wenn ich weiter so gearbeitet hätte, dann hätte ich ja nie festgestellt, wie hoch was überhaupt an Potenzial in mir steht. Wie hoch kannst du springen? Wie hoch hätte ich überhaupt springen, wenn du mal ein bisschen trainierst. Und das habe ich, ja, dank der Bauligs, tatsächlich sprich ich immer höher. Weil die haben wieder Peitsche hinten dran. Was hat dich denn überzeugt, zu uns zu kommen? Na, tatsächlich, glaube ich, war es ein ähnliches Video, wie wir es jetzt gerade drehen. Ich habe mir irgendwie mal euer neues Office angeguckt, habe dadurch gesehen, was für eine Entwicklung euer eigenes Business genommen hat. Also ein Video über unser Office, ne? Genau, tatsächlich, ja, ein Video, genau. Und habe mich sehr beeindruckt. Und dann habe ich ein Testimonial-Video gesehen und dachte... Und wie ist das jetzt der Vergleich, das Video und wirklich hier zu stehen? Du hast ja eben eine Office-Tour bekommen. Ja, aber es war ein echt gutes Video. Also es war sehr, sehr nah an der Realität. Und ich hatte das Glück, an einem Office-Day auch schon mal hier gewesen zu sein. Aber ich finde nach wie vor wenig beeindruckend. Und das erste Video war beeindruckend. Der Office-Day war sehr beeindruckend. Und jetzt hatte ich eine ganz persönliche Führung. Hat viel Spaß gemacht, ja. Ja, du hast das Video gesehen und dann hast du das Interview gesehen. Und dann hast du dich eingetragen, oder? Ja, dann habe ich gedacht, komm, jetzt realisiere ich. Also das war, glaube ich, der einfachste Sale ever. Weil ich gesagt habe, du musst mir nicht... Ist mir egal, was ist das erste Programm, ich möchte einfach machen. So lief das tatsächlich. Und mit wem hattest du das Gespräch dann? Mit dem Co-Rab. Okay. Ich glaube, es war fast dann unter seiner Würde. Weil er musste gar nichts, keine Einwandbehandlung, nichts. Also ich habe mir alle Einwände selber... Konnte sein Potenzial gar nicht ausschöpfen. Aber tatsächlich war es wirklich so. Ich habe die Einwände mir dann selber genommen. Und ganz wichtig vielleicht für Leute, denen es ähnlich geht. Ich muss sagen, gerade da, wenn sich viele... Wenn ihr Sachen anträgert, wenn sich Widerstände zeigen, ja? Das war bei mir wirklich extrem. Weil ich auch dachte, jetzt kann der jetzt... Jemand, der halb so alt ist, was will der mir sagen? Weißt du, du hast so ego-getriebene Dinge. Und heute muss ich sagen, es war eine der besten Entscheidungen ever. Ich werde nicht müde vielen Leuten, die heute sagen, boah, die Bauligs, ich weiß nicht. Zu sagen, das war wirklich... Also ich habe schon einiges kennengelernt, mit vielen Leuten auch gearbeitet, ohne jetzt da einen Namen zu nennen. Aber mit Abstand die beste Entscheidung war, mit euch zu arbeiten. Und euch zu erleben, auch mit dem Drive, den ihr habt. Und mit dem, was ihr hier auf die Beine stellt, muss ich sagen. Echt geil, hat mich... War ein Quantensprung. Danke für die Worte. Was war denn der Quantensprung, den du dann erlebt hast? Du bist dann ins Training eingekommen. Das war dann... Genau. Wann war das, 2021? Ende 21, genau. Ich glaube, im Dezember. Dezember, ja. Da ist ja auch der Award. Genau, klar. Was du quasi im ersten Monat schon fünfstellige Monatsumsätze erreicht. So ist es. Erreicht, ja. Und ich habe vorher, weißt du, wir haben die Videos abgedreht, da ist echt so viel Geld reingeflossen in die Entwicklung von Coach2Call, damit es wirklich funktioniert. In 2019 sind wir gestartet und haben dann einfach in Eigenregie mit einer Agentur in Berlin Facebook-Ads geschalten. Und ich habe im ersten Jahr mit Mühe und Not, also ich habe so viel Geld an die Agentur bezahlt, plus an Facebook, dass wir mit letzter Kraft kostendeckend waren. Aber ich kann dir sagen, ich habe da vielleicht jeden Monat zwei neue Coaches begrüßen dürfen und habe dafür bestimmt 300 Calls gehabt. Okay, sehr anstrengend, ja. Sehr anstrengend. Also es hat überhaupt nicht gepasst zu meiner Vorstellung von Effizienz und Hebelwirkung. Und nur Geld gewechselt. Ich habe nichts verdient, ja. Im ersten Jahr. Und 20 war das nicht, 1920. Also mit dieser Agentur dann, oder? Ja, die Agentur hat die Ads gemacht, ja, für uns, weil ich es nicht selber machen wollte. Facebook, wir haben halt viel Geld bei Facebook rausgeschmissen, weil ich keine Ahnung hatte von dem, was ich tue. Ich wusste in meinem Feld, also die Dienstleistung, die ich erbringe, ist gut. Das wusste ich aus der Präsenzzeit, aber online, keine Ahnung. Und dann habe ich halt auf die Agentur vertraut. Die war auch stets bemüht, ja. Also das war auch okay, aber wir hatten auch noch keine Ahnung von der Zielgruppe, von der Positionierung so richtig. Ja. Und dann bin ich eben, also das war im Jahr 20, dann habe ich in 21 das in Eigenregie gemacht, ohne Facebook, wir haben andere Leadquellen erschlossen. Dann war zumindest mal die Kosten. Dann ist mir wieder was hängen geblieben. Bitte? Ja, genau. Es ist übrig geblieben, wir haben nicht alles wieder rausgebuttert, aber dann dachte ich, das ist ja... Anstrengend. Ja, weil die Anzahl war in etwa identisch, war immer noch sehr anstrengend. Und dann war mein... Der Quantensprung, das war deine Frage, Markus. Der Quantensprung war für mich zum Beispiel, dass ich ja Coach-to-Call... Ich habe den Leuten vermittelt, wie sie per Telefon coachen sollen. Und für mich war völlig klar, dass dann mein Sales-Call, da gab es keine Qualifizierung. Es gab ein Gespräch, jemand hat sich bei Facebook angemeldet, ich habe den angerufen. Ich habe mit dem eine Stunde erklärt, was ich mache, ja. Und mein Quantensprung Nummer eins war, die Leute müssen sich qualifizieren oder ich muss die Leute qualifizieren, bevor ich ins Gespräch gehe. Also hast du deine Verkaufsfähigkeiten geupgradet? Also die Fähigkeiten waren schon da. Aber ich glaube, der Prozess war entscheidend, die Leute zu qualifizieren. Und der noch größere Hebel war, dass ich dann bereit war, und das habe ich nur euch zu verdanken, weg vom Telefon, die Verkaufsgespräche über Zoom zu machen. Ich habe sofort, also ich habe die qualifiziert, ich habe Zoom-Calls gemacht und wo ich vorher 300 Gespräche für 25 Abschlüsse hatte, hatte ich schon im Dezember, wirklich im ersten vollen Monat, hatte ich glaube ich, ja, ich glaube ich, fünf oder sechs Kunden gewonnen aus neun oder zehn Gesprächen. Also einfach, das war kein Vergleich, also die Conversion hat sich, du bist der bessere Rechner, wahrscheinlich verzwanzigfacht, wenn es reicht, also mit Sicherheit, genau. Das war so der, das war der elementare Punkt. Was waren die weiteren Schritte? Naja, von da ab, das war schon mal für mich sehr heilsam und mit dem habe ich dann, das habe ich dann kontinuierlich gehalten und dann habe ich danach angefangen, mich einfach mit anderen Sachen nochmal ein bisschen auseinanderzusetzen. Wo kannst du die Positionierung noch ein bisschen schärfen, wo kannst du, aber das waren im Vergleich zu diesen zwei elementaren Punkten, waren das fast schon. Also einfach den Verkaufsprozess nochmal zu adaptieren quasi mit diesem Baulig-Verkaufssystem. Ja, genau, die Skripte nochmal, die es schon gab, nochmal da ein bisschen zu schleifen, da zu optimieren. Oder auch einfach, statt nur Telefon nochmal Zoom zu gehen und die Positionierung zu schärfen. Definitiv. Also vor allem der Schritt, den zweistufigen Verkaufsprozess und dann eben Zoom, das mit Zoom zu machen und dann auch Einwandbehandlung zum Beispiel. Also all die Inhalte, die du dann vermittelst, das ist wirklich extremst toller Mehrwert, den ihr da liefert. Und auch wirklich tolle Impulse. Du kennst ja aber auch schon, du hast ja eben auch schon ein paar Leute genannt, du kennst ja schon wahrscheinlich über die Jahre im Werk, hast ja viele Inhalte von anderen Trainern gesehen, oder? Ja. Also wie würdest du sagen, unterscheidet sich das jetzt zu unseren Inhalten? Naja, einmal, dass ich glaube, ihr liefert einen wesentlich höheren Mehrwert für die Leute, die sich bei euch als Kunde, also das ist echt ein Feuerwerk an Dingen, die einem, ich will gar nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern, wenn jemand noch nicht Kunde ist, aber wirklich toll, die Post, die dann kommt, die Wertschätzung, die man erfährt, das Onboarding, da fängt schon an, also wirklich von A bis Z wirklich hochprofessionell durchstrukturiert und man hat immer den Eindruck, ihr bemüht euch um jeden einzelnen Kunden ganz extrem. Ihr fordert vom Kunden auch viel, keine Frage. Und dann eben die Inhalte, das ist, also gerade die ganzen Live-Calls in der Summe, da bin ich noch meilenweit entfernt, auch nur einen Bruchteil davon, meinen Absolventen zu bieten, einfach weil das mit der Manpower und mit der Expertise, mit der ihr das macht. Ja, wir haben ja über 10 Live-Calls, glaube ich, die Woche, in jedem Training und dann gibt es da nochmal ein paar mehr, je nachdem, welchem Programm man ist. Genau. Und das ist wirklich, das ist Gold wert, weil ich dann immer meine Erkenntnisse und als kritischer Geist dann durchaus auch mal fragen, sag ich, ey, guck mal, ich würde das gerne so und was hältst du denn davon und so. Das ist, jeder nimmt sich Zeit, du wirst ernst genommen, du kriegst profunde Antworten, das ist wirklich großen Respekt. Und mit der Begeisterung, mit der ich dir jetzt schildere, das schildere ich auch, wenn du nicht daneben sitzt, wirklich Leuten, die sagen, was mit dem Bauligs? Und dann sag ich, Alter, du hast keine Ahnung, die liefern richtig ab. Okay, ja, cool. Ja, viele sagen ja immer, okay, bei so einem Video, was soll man da andere sagen, wie, dass das cool ist, aber schön, dass das dann auch anscheinend genauso rüberbringst, wenn ich nicht dabei bin. Wir haben auch eben gesprochen, du hast ja gesagt, du warst jetzt zuletzt beim Office-Tag, wie hast du den so wahrgenommen? Das heißt, wir haben ja auch vor Ort Events, es ist ja nicht nur online unsere Dienstleistung. Mir ging es eben auch darum, in allererster Linie, dass ich die ganzen Leute, also euch, den Korab, wen auch immer, einfach mal live erlebe und einfach auch da diese Wertschätzung und das Office tatsächlich mal live erlebe. Also auch der Tag war absolut Zeit und Geld wert. Also von daher würde ich auch jedem empfehlen, auch mal so live zum Anfassen. Also es war super einfach. Und ihr habt mir ja dann, was ich, wenn ich was gelernt habe bei euch, ist dann, dass ich so ein bisschen, man braucht schon ein dickes Fell und für so ein bisschen. Ja, wir hatten ja da auch unsere Konversationen. Allerdings. Ja, und weißt du, ich stehe mal vor 100 Leuten auf und sage, ey, hör mal, ich habe eine Frage und dann kriegst du, wirst du erst mal, ich möchte jetzt nicht sagen, öffentlich abgewatscht, aber du musst schon bereit sein, sagen wir mal auch, dass die Dinge, mit denen du so, mit deinem Mindset, mit dem du da reingehst, dass du mit einem anderen rausgehst. Ja, du kamst ja zu uns, du hattest ja da quasi ein Problem irgendwie, was du auch selber gesagt hast, dich weiter zu motivieren, auch noch mehr zu wachsen und dann haben wir ja gesprochen. Inwiefern hat das denn die Konversation bei dem Office-Tage dann nicht weitergebracht? Naja, zunächst mal, weil ihr mir einfach, und das die ganze Zeit auch schon im Training, aber da war es jetzt nochmal ganz unmittelbar oder in den Live-Calls auch, weil ihr einfach den Horizont erweitert habt. Weißt du, wenn ich, ich bin halt gewohnt, zig Jahre sitze ich immer im Office und ich entscheide für mich, wo es lang geht, aber du sitzt halt auch so in deinem, ich will nicht mal sagen, Elfenbeinturm oder du kochst im eigenen Wasser. Und wenn du dann als Speaker, das ist wirklich echt gefährlich, das ist ja jahrelang, bin ich gewohnt, auf Bühnen zu stehen und wenn da 500 Leute dir zuklatschen, denkst du, naja, das ist ja der Hero. Und jetzt kommt dann jemand, der crasht es so und sagt, du bist gar nichts, Martin, jetzt. So habe ich es nicht gesagt. Nein, du hast es nicht so gesagt, das ist alles gut. Aber, nee, wirklich mal, ey, hinterfrag dich mal oder geh da mal den Weg oder guck mal dahin oder schau mal, was da noch möglich wäre. Und das ist genau das, was ich mir wünsche. Ja, da musste ich 50 werden dafür. Das ist für dich unvorstellbar wahrscheinlich, das Alter. Also als Analog-Dino bin ich bei euch reingegangen. Und als digitaler Hero komme ich da raus irgendwann, eines Tages. Sehr geil, sehr cool. Was sind so deine weiteren Pläne für dieses Jahr noch? Wo soll es hingehen? Naja, also ich habe ja so eine Vision mit Coach2Call tatsächlich. Ich möchte die Welt zu einem glücklicheren Ort machen, in dem wir wirklich eine Million Menschen erreichen und ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen. Nicht so viele Coaches, die ich ausbilde, aber die Coaches sind im Grunde für mich... Ja, so indirekten. Ja, Multiplikatoren, genau. Jeder Coach, der heute mit zehn Klienten arbeitet und denen hilft, sagen wir mal, dessen Ziele zu erreichen, mit dem haben wir schon viel bewirkt. Und das ist das, was ich anstrebe. Also, weil mein Wirkungsgrad, weißt du, wenn du dann irgendwann, je älter du wirst, je klarer ist ja auch, hey, die Deadline rückt ja näher. Das gilt ja für jeden von uns, aber irgendwann denkst du mir, Mensch, wenn ich, ich möchte nicht irgendwann irgendwas auf dem Tisch des Hauses zurückgelassen haben, an Potenzial und möglichst viele Menschen erreichen. Und wenn du Bücher schreibst, die, weißt du, früher dachte ich, naja, wenn ich im ersten Buch 5000 Auflage, dachte ich, hey, genial. Ich habe 5000 Menschen geholfen, bis ich glaube, hier 5000 Auflage sind nicht 5000 verkaufte Bücher, also klassisch im Verlag. 5000 verkaufte Bücher sind nicht 5000 gelesene Bücher. Und 5000 gelesene Bücher sind noch nicht mal 5000 umgesetzte Bücher. Also im Endeffekt, du musst eine viel höhere Wirkung anstreben, damit du den Leuten helfen kannst. Aber egal, wenn du einem geholfen hast, ist es auch schon was wert. Und das ist das, was mich antreibt, jetzt wirklich alles rauszuholen, was mir möglich ist in den nächsten Jahren. Und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, also wenn ich überlege, welche Reise ich mit euch in den letzten 6 Monaten durchlaufen habe, dann freue ich mich auf die nächsten 6 Jahre. Also es wird, wir... Wir freuen uns auch. Ich bin sehr gespannt. Und wir hoffen, dass auch die Zeit, die wir uns bald jetzt hier genommen haben, jemandem geholfen hat, der hier zuschaut. Kommentiert gerne, wenn es euch geholfen hat. Wir würden uns natürlich freuen, das zu lesen. Wie kann man dich finden, wenn man sagt, hey cool, ich will eine Ausbildung machen zum Coach? Ja, also dann ist coach2call-academy.de ist die eigentliche Hauptseite. Und am einfachsten findest du uns ja ganz klassisch, wenn du livecoachwerden eingibst mit Bindestrichen. livecoachwerden.de, da findest du alles, was du brauchst. Sehr cool. Und wenn du selbst jemand bist, der eine Expertise hat, wie der gute Martin hier, und du möchtest dein Geschäft voranbringen, vielleicht bist du auch schon seit Jahrzehnten Unternehmer und kannst dir vielleicht nicht vorstellen, dass es doch noch besser geht oder man noch schneller wachsen kann, wie das auch vielleicht bei Martin am Anfang der Fall gewesen ist, bevor er zu uns gekommen ist, dann probierst du einfach mal aus. Ja, es kann ja nicht schaden, mal ein Erstgespräch zu buchen. Da in dem Erstgespräch werden wir auch mal schauen, wie wir dir weiterhelfen können, wo so Potenziale bei dir liegen. Und dann, ja, sehen wir, wie es sich entwickelt. Dann kannst du es entweder ohne uns umsetzen oder gemeinsam mit uns. Und genau, wenn du selbst einfach schauen möchtest, was dein Potenzial ist, dann geht es auf www.andreasbaulig.de. Tag dich gerne ein für ein Gespräch. Und wir sehen uns dann vielleicht auch beim nächsten Mal hier beim Office, bei so einem Office-Tag von uns oder sonst wo. Und ja, vielen Dank, dass du da warst, Martin. Gerne, danke für die Einladung. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Martin und euer Markus. Ciao. Ciao.